Das Thema Investoren ist natürlich ganz klar im aktuellen Markt Bets & Chats, also quasi das Investieren in Wohnen und in Hallen. Hallen können Logistikhallen sein, es kann Leitendastrophe sein und das geht bis zum Data Center. Ganz klar, wir bei der Gabe in das Video sind Experte für genau diese Themen und bedienen auch genau die Themen. Interessant ist, dass dieses Thema nie weg vom Markt war. Das heißt, auch in dieser Zinskrise war immer ein aktiver Markt, aber ganz klar, das war das internationale Geld, was da weiter investiert hat. Was wir jetzt gerade merken, ist, dass das deutsche Kapital zurückkommt, das Core-Geld kommt, wacht langsam wieder auf und investiert wieder und genau das werden wir begleiten.